ja hallo liebe zuschauer ihr habt sich vielleicht schon immer mal gefragt wie kommen diese kugeln auf die hochspannungsleitungen naja einfach so die wachst du bist kommst sein warte das noch ja nicht früh da weiß das sollte wir machen es einmal fest wir schauen wir können es kommen geht Vielen Dank.